Hast du ein Schacht? Nein, das macht nicht. Ich bin Platz frei! Dann geh mal nebeneinander stehen. Ich bin gut. Nein! Ich bin zuerst gesehen. Ja, du hast mir gesagt, ich darf hier hinsetzen. Ich bin hier hinsetzen. Also halt jetzt einfach. Ich habe schon gesagt, ich bin hier hinsetzen. Also halt jetzt einfach. Raus! Schliess, wenn die Person kommt, dann kannst du da gehen. Ist gut. Ja, gut. Also, aber die Person ist jetzt hier. Also, ruhig dich. Ist gut. Aber ist das immer für die Augen? Verdammt! Ich bin hier alle! Hey! Ich habe einmal die Aussagen. Ich habe einmal die Aussagen. Lär mich einfach nicht alles sagen. Solange geduzt wird. Schnauhe! Verdammt! Ich werde nicht geduzt. Ich schwöre, ich ginge dich mal. Wieso geduzt? Also, ich ginge sie. Ist das besser? Doch, weisst du. Ich sage das miteinander. Schau mir den Hohler! Verdammt! Sag doch, Bachmann. Ganz schön. Gleichfalls! 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 Halt dich jetzt an. Ach moin, Junge! Ach Arschloch! Ach Arschloch!